so sieht Leusel aus wenn er mal wieder dringend zum Friseur muss und so sieht er aus nachdem wir unsere neue Schermaschine getestet haben an ihm das Gerät wurde uns kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt ich zeige es euch mal in einem ersten Video hier sieht man die ganzen Aufsätze zum Scheren und zum Bürsten und Absaugen wir haben das ganze ausgiebig getestet die man sieht an Leuseln hat sie auch funktioniert einmal im Jahr wird er mindestens geschoren aber bis jetzt hat es noch nie so einfach funktioniert wie mit dieser Schermaschine also auch die Schneidefunktion ist sehr gut haben wir schon ganz andere gehabt natürlich den Bauch auch er bewegt sich nicht mehr er traut sich nicht sich zu bewegen er ist halt auch einfach zu klein um sich zu wehren aber sieht gut aus haben wir wieder neuen Hund die anderen gucken zwar ein bisschen skeptisch was mit ihm los ist aber ich muss wirklich sagen das Teil funktioniert so sieht es aus wenn Leusel seinen Wintermantel ausgezogen hat zu einem